Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute will ich mit euch darüber reden, was überhaupt mit Dr. Niete bzw. PhD-Flopper bei Black Ops 3 Zombies passieren würde, wenn sie wirklich Dr. Niete implementieren würden in das Zombie Chronicles DLC. Für die Leute, die nicht wissen, was Dr. Niete ist, erkläre ich das hier nochmal kurz. Und zwar hatte Dr. Niete zwei geile Effekte. Und zwar, wenn man einen Hechtsprung gemacht hat, dann hat man so eine Art kleine Mini-Explosion für sich errichtet. Alle Zombies um einen herum, wo die Explosion hochgegangen ist, sind gestorben bis etwa Runde 20. Das war ein ziemlich cooler Effekt, aber nicht der Haupteffekt. Der Haupteffekt war, dass man komplett immun gegen Selbstschaden war. Das heißt, man hatte keinen Fallschaden und man konnte zum Beispiel neben Granaten stehen oder Granaten in der Hand halten. Ohne Schaden zu bekommen. Im Prinzip gibt es nur drei Möglichkeiten. Und zwar, die erste Möglichkeit wäre, sie tauschen das Perk aus. Die zweite Möglichkeit ist, sie bringen es rein, aber es wird wie bei IW Zombies. Und das dritte ist, das komplette System wird überarbeitet. Die Punkte werde ich jetzt mit euch abarbeiten. Kommen wir zu dem ersten Punkt, sie tauschen das Perk komplett aus. Im Prinzip habe ich mir überlegt, wenn sie doch Doktanite nicht reinbringen würden, dann würden sie es aber definitiv mit irgendeinem anderen Perk austauschen, das schon existiert. In dem Falle denke ich, dass es Widowswein wäre, beziehungsweise Witwenwein für die deutschen Spieler unter uns. Auf jeden Fall denke ich wirklich, dass wenn sie es austauschen würden, dann würden sie es mit Widowswein austauschen oder vielleicht mit Electric Sherry. Beim zweiten Punkt habe ich ja schon angesprochen, dass es so werden könnte wie bei IW Zombies. Und zwar gibt es bei IW Zombies ein Perk, das schimpft sich Bombstompers und hat im Prinzip denselben Effekt wie Doktanite. Außer, dass es keinen Hechtsprung gibt und somit auch keine Mini-Atombombe vor den Füßen zündet. Aber ansonsten hat es den gleichen Effekt, das heißt du hättest mit einer Explosivwaffe vor die Füße schießen können, ohne dass du Schaden erleitest. So könnte ich mir das auch vorstellen, dass sie es in dieser Richtung implementieren ohne den Hechtsprung. Im letzten Punkt habe ich ja angesprochen, dass das System komplett umstrukturiert werden müsste. Und damit meine ich einfach, dass wenn man sich das Perk kauft, Doktanite, dann auch Hechtsprünge machen kann, aber dadurch dann dieses Rutschen verliert. Ich zum Beispiel fände es nicht gut, wenn man dadurch das Rutschen verliert, weil ich mich sehr an das Sliden bei Black Ops 3 gewöhnt habe. Und natürlich würde dann diese Immunität gegen den Selbstschaden ebenfalls existieren. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ich hoffe wir sehen uns gleich im Livestream und ciao. UST Outro 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 Bis zum nächsten Mal.